Hallo meine lieben YouTube-Freunde. Bald haben wir den wunderschönen Sonne-Monat Oktober. Und den möchte ich euch noch verschönern. Ihr fragt, mit was denn? Nun hört, der wunderschöne Monat Oktober wird der Channeling-Monat. Ich, deria. Channel für euch. Channeling, was ist das? Es ist ein Gespräch zwischen der Lichtebene und einem Medium. Zu einem Erzengel, Engel oder einem anderen Lichtwesen. Auch mit einem lieben Verstorbenen kann man channeln. Beim Channeling spricht das Lichtwesen durch mich, dem Medium. In diesem Moment sind wir miteinander verbunden. Auf meine Fragen bekomme ich Antworten. Klar und deutlich. Ich, deria, werde im Oktober an zwei Tagen mittwochs und sonntags mit einem Erzengel für euch channeln. Mein erstes Channeling werde ich mit dem allermächtigsten und höchsten Engel führen. Mit dem König aller Engel. Mit dem Engelfürst Metatron. Freut euch da drauf. Wer sehr großes Interesse hat, dem rate ich, hier in YouTube auf den Button Abonnieren zu gehen, damit ihr alle Videos sofort bekommt, die ich euch präsentiere. Also, los geht's. Bis bald. Eure Diria